Lieber Toh, es tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Danke für deine zauberhaften Nachrichten. Ich stehe mit meinem Auto an einer Tankstelle kurz vor der Autobahnauffahrt in Kamen und fahre jetzt mit meiner Oma nach Italien. Das hat sie vor zehn Minuten so entschieden. Ich melde mich, versprochen. Ich denke auch an dich, Ev. Hey Anne, Chaos Deluxe. Mit Tobias geschlafen, mit Johannes geschlafen und mit Oma jetzt auf der Flucht nach Italien. Kein Scheiß und kein Plan. Eva, PS, melde mich, wenn ich wieder klarkomme. Hey, lieber Jo. Ich fahre mit Oma ein paar Tage ans Meer. Sie möchte gerne nach Italien. Und ich möchte das wirklich hinkriegen mit uns. Mach dir keine Sorgen. Ich denke an dich. Zeit lang, die Träume von Napoli. Ich denke an dich.